Ja, dann steht Philly als nächstes auf dem Zettel. Argo haben wir noch auf dem Zettel, die lasse ich aber erstmal aus, bis die Freundschaft auf Max ist. Kleiner ist zwar auch noch nicht auf Max, aber ich glaube, er bekommt kein neues Event. Wobei der halt noch nicht die 50% Grenze überschritten hat, wie auch immer. Dann haben wir noch Joe und Itsuki zum Schluss. Kein Problem, schieß los. Und Premiere ist auch noch auf dem Zettel, da ist aber die Freundschaft noch nicht mehr auf Level 2. Besonders der letzte Punkt ist das Wichtigste bei einer Schatzsuche, ne? Obwohl ich noch nicht mal wirklich Glück geskillt habe. Da hast du dreimal so viel, glaube ich. Wo ist die Option, kauf zu labern und lass uns losgehen? Wo ist die Option, kauf zu labern und lass uns losgehen? Ist das jetzt der Dungeon mit dem Boss der Sniper-Waffe oder dieser komische neue Wolf? Who cares? Du kannst echt gut schießen. Du kannst die Mitschöpsel auch mal aus. Nein, das war wirklich fantastisch. Ja, das ist das. Ich habe schon viel zu verabschieden. Aber ich habe mich nicht mehr davon aus. Aber ich denke, dass ich mich nicht mehr so gut schießen kann. Das ist das, was ich. Jeder ist in G.G. Oku. Sag das nicht zu laut. Woher... ich... so eine... 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 wieder? Das ist doch, oder? Das ist... ich... nicht nur. Ich will auch noch nicht weg. Dürfen wir jetzt mal wirklich wieder kämpfen? Nö. Du musst dich nicht entschuldigen. Vielen Dank. Aber ich habe noch die Stimme gefühlt. Bitte, bitte. Ich habe mich ein bisschen verletzt. Ich habe mich so gesehen. Ich werde dir gerne darüber sprechen. Ich weiß nicht, dass ich mit anderen VR-MMO bin. Ich hatte mich wirklich Angst, dass ich mich verletzt. Ich hatte mich sehr Angst, dass ich mich für mich verletzten. Nachdem ich mich an alle, und ich dachte, dass ich mich wiederholfen habe. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich habe noch ein wenig ein paar Beispiele gemacht. Na ja, ich werde jetzt noch ein paar Beispiele geben. Na ja, das ist nur ein Geld. Wenn du mit Geld hast, dann kannst du auch was mit Informationen. Was ist das? Ich glaube, dass ich keine Kredits brauche, außer Taschengeld geben könnte, aber... Also, leider weiß ich ja, was dahinter steckt. Also, werde ich, glaube ich, mal fragen, wen magst du zurzeit am liebsten? Oh, nein, nein, das ist nicht so. Wenn ich mich in der Zeit trage, dann ist es nicht nur ein Business, sondern ich muss mich nicht mehr so machen. Aber das Frage ist gut, aber ich habe die Antwort nicht. Ich werde mir auch die Antworten geben. Oh, ich habe eine andere Reihenfolge. Ich glaube, das habe ich schon erzählt, oder? Wenn nicht, dann nochmal kurz... So, in SAO gab es eine Quest, Bedingung war Waffe ablegen, bekommt diese Schnurrhaare gezeichnet, wenn man die Quest erfüllt. Verschwinden sie, wenn nicht, bleiben sie. Und sie hat es nicht geschafft, beziehungsweise ist abgehauen. Und deswegen hatte sie die ganze Zeit diese Schnurrhaare. Ja, das war's. Wie ist es, ob es so ist, oder? Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, das war's. Jetzt noch ein, was ich. Ich glaube, dass ich hier die Nachrichten hinbekommen habe. Woher, wann, 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 was, 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 was sich da nicht verstanden hat. Ich weiß nicht, was ich hier bei uns? immer doch so der rutscher freigeschaltet freundschaftsbeweis ja über 70 prozent glaube ich gebracht so und deswegen dass ich mir bekommen doch man das hat das jetzt nicht resettet da willst du mich doch wohl verarschen dass das nicht resettet hat ja gut da machen wir noch ein deal mit filia und dann folgt im nächsten part 2 weitere also ganz lang will ich dann den part doch nicht wieder machen an die 40 filia was mache ich nur mit ihr ich wette ich will jetzt auch schon wieder das falsche aus so du willst nicht dass die leute uns für ein paar halten nein das macht mir nichts es freut mich nur bei dir zu sein wenige stunden später also Ah,疲れた,疲れた. Eh? Es ist nicht in der Außenwelt, oder? Es ist sicherlich, dass ich mich nicht疲le, aber... Es ist natürlich, dass ich mich daran arbeite. Und wenn ich mich daran arbeite, wenn ich mich daran arbeite, dann fühle ich mich. Wenn ich mich nicht疲le, ist, dann ist es, dass ich es noch nicht so gut. Es ist 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 nicht so gut. Es war auch so. Ich habe so viele Gute gefunden. Ich habe mich sehr beeindruckt. Es war so gut. Und ich habe mir das, in der Trennende, die Trennende, um den Trennende zu sehen. Es ist nicht so gut. Es ist so gut. Ich habe mich daran gedacht. Ich habe mich auch mit dem Trennenden. Das ist eine Studie. Aber ich habe mich daran gedacht. Es war, was ich mit dir in den Trennenden. Ich hatte auch heute eine Menge Spaß. Lade mich irgendwann mal wieder ein, ja? Beziehungsweise es ging etwas zu schnell. Und zu schnell ist nie gut. Warte mal gucken, wie schnell die anderen gehen. Und wie oft wir noch resetten müssen, weil das hier ist ja der größte Zeitaufwandgefühl. So, Nummer 2 und das dritte folgt ja auch noch. Oh, ich glaube es gibt immer 3. Oh, ich kenne einen tollen Rügenplatz. Willst du mal mit mir dorthin, falls du ja wenig Zeit hast? Ja, gehen wir. Dort können wir eine lange entspannte Unterhaltung führen. Oh. So, reden wir über Quests und das echte Leben und die Zukunft, okay? Oh, echte Leben und vor allem die Zukunft. Ich hatte heute so viel Spaß. Blablabla. Och, Mann. Das war also nicht das Richtige. Schade, schade. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses, was hast du vor, richtig sein könnte. Obwohl, theoretisch sollte ich das mal anklicken. Was war die erste Möglichkeit überhaupt nochmal? Ich weiß nicht. Aber hey. Eine Chance von 50-50. Oh. 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 Ich dachte. Aber meineichtsband ist so klein. Oh. Und es ist soo. Oh. Oh. Hast du фильм noch? Oh. 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 Oh sorry. Oh. Oh. Vielleicht ist es nicht gut, oder? Ach so, wenn du dich nicht gut fühlst, dann ist es gut, oder? Du bist nicht gut, oder? Du bist nicht gut, oder? Du bist nicht gut, oder? Du hast gesagt, dass du mich nicht gut fühlst, oder? Du bist nicht gut, oder? Ja, aber du hast dich nicht gut hören, dass du dich raus kannst, dass du dich nicht gut fühlst, Azul war deine Bibliothek. Du bist ja so... Von ihores, also? Ja, dann würde ich es gerne zu Weitere. Dass du dich in Ordnung schaffst, dass du dich selbst fühlst, oder? Du bist einer gleiche Leben. Du bist wie normal. Keine Räume ist ein Tyschen. Das war's für heute. Okay, ich muss ja sagen, bislang etwas sehr harmlos. Sehr, sehr harmlos. Ach komm, hauen wir einfach alles von Filia jetzt noch rein. Ich meine, so lange wird der Part dann ja auch wieder nicht. Wird schon irgendwie passen. Und los geht's. Lass uns wie immer auf ein Date gehen. Darf ich dich was fragen? Warum hast du mich heute auf ein Date eingeladen? Weil ich dich mag. Die anderen wollten alle nicht. Das sollte man nicht sagen. Hätte ich das lieber nicht tun sollen? Ach komm, das muss ich einloggen. Nein, es freut mich total, dass du es getan hast. Ich verbringe lieb gerne Zeit mit dir. Schade. Es war so klar, dass das erste richtig war, aber ich muss das irgendwie anklicken. Ist ja nicht so, als ob wir nicht genügend resetten und diesen Ladebildschirm sehen, wenn ich Charaktere besuche mit diesen Date Events. Ja, und ihr könnt euch sicherlich denken, warum es mit Asuna, Nils, Silica, ETC keine Dates gibt. Aber ich kann so viel sagen, die kommen noch. Weil ich dich mag, Velia. Du bist der Schatz in meiner Kiste. Was? Was? Es freut mich wirklich, dass du so fühlst. Ja, tut mir leid. Oh Gott, ich habe keine Ahnung, was das gerade sollte. Der Schatz in meiner Kiste. Ja, okay. Wenn die Kiste das Bett ist, dann sowieso. Willkommen in der Kiste. Da wird dir eine Textbox. Ich glaube, dass du so fühlst, dass ich dich schmerzen kann. Hm. Ich habe das Gefühl, als ich so fühlst, wie ich so fühlst, ist, dass ich mir so glücklich fühle, denke ich. Ich habe mir so glücklich. Es ist eher so glücklich. Ich habe mir so glücklich. Ich habe mir so glücklich. Was soll ich sagen? Ich habe mir so gut. Ich habe dir das Geräusch in meiner Kiste. Siehst du alles schuld des Weihrauchs? Ich bin schon vor kurzem aufgewachsen. Ich glaube, ich werde nur schlafen. Ich habe mich sehr interessiert. Oder ich bin mit uns zusammen. Suche dich aus. okay ja dann würde ich sagen im nächsten part dann joe und itzuki danach oder je nachdem wie viele events wir mit joe haben wahrscheinlich würde wieder nerven wegen hannah bis dahin